Martina Moser ist eine Schweizer Fußballspielerin und mit mehr als 100 Länderspielen zusammen mit Karoline Abbey-Rekord-Nationalspielerin ihres Landes. Karriere Ihre Karriere begann Moser 1996 beim FC Bicklen, wechselte 2001 zum FC Rot-Schwarz Thun und reüssierte dort mit 15 Jahren direkt zur Stammspielerin in der Nationalliga B. Mit Rot-Schwarz schaffte sie zweimal den Aufstieg in die Nationalliga A, musste aber auch den Abstieg 2004 erleben. Nach dem Aufstieg 2005 wechselte Moser dann zum SC Luven.ch Luzern. 2004 und 2006 belegte sie jeweils den zweiten Platz der Torschützendenliste in der Nationalliga A. Ab der Saison 2007-08 spielte die offensive Mittelfeldspielerin beim SC Freiburg in der Erste Frauenbundesliga. Am 21. Mai 2010 wurde bekannt gegeben, dass Moser beim VfL Wolfsburg einen Zweijahresvertrag unterschreiben hat. Nach Ablauf ihres Vertrages in Wolfsburg wechselte sie zur TSG 1899 Hoffenheim. Dort verhalf sie der Mannschaft aus dem Kraichgau in ihrer ersten Saison mit 13 Toren in 21 Spielen zum Bundesliga-Aufstieg. In der Schweizer Nationalmannschaft debütierte Moser am 20. August 2005 in Polen. Am 23. Oktober 2012 stellte sie bei der 0-3-Niederlage gegen Schweden mit ihrem 78. Länderspiel den Rekord von Marisa Brunner ein und überbot ihn am 6. März 2013 bei der 0-2-Niederlage gegen Kanada, sodass sie nun alleinige Schweizer Rekord-Nationalspielerin ist. Am 4. März 2015 machte sie beim Algarve Cup 2015, als sie zur zweiten Halbzeit eingewechselt wurde als zweite Schweizerin ihr 100. Länderspiel. Im gleichen Spiel machte Karoline Abbey, die in der Startelf stand, als erste Schweizerin ihr 100. Länderspiel. Sonstiges. Moser arbeitete bis 2010 einige Jahre als kaufmännische Angestellte beim Schweizerischen Fußballverband. Statistik. Erfolge.